Verwandeln bedeutet für mich, unseren Kolleginnen und Kollegen, die Angst vor den Auswirkungen des kommenden Wandels zu nehmen. Unseren Planeten lebenswert für unsere Kinder zu erhalten, ist eine gigantische gesellschaftliche Aufgabe. Daran müssen alle mitarbeiten. Und das geht nur, wenn die Menschen darauf vertrauen können, nicht zu den Verlierern dieses Wandels zu werden. Also lasst uns den Wandel solidarisch gestalten.